Komm auf meine Schmusedecke, die ist weich und groß. Da ist es nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben drum, wir sind hier alle froh. Geht es dir so gut wie mir, ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Hallo Schlange, du bist aber fröhlich heute. Oh, wie schön. Du willst heute die ganze Schmusedecke besuchen? Guten Tag, Bär, guck mal, die Schlange kommt dich heute besuchen. Oh, Schauschlange, der Bär freut sich über deinen Besuch. Oh, aber jetzt muss die Schlange weiter. Sie will doch heute die ganze Schmusedecke besuchen. Hallo Katze, guck mal, wer dich heute besuchen kommt. Ach, Schlange, schau mal, wie die Katze sich über deinen Besuch freut. Oh, jetzt muss die Schlange aber schon wieder weiter. Ciao Katze. Hallo Marienkäfer. Die Schlange kommt dich besuchen. Guten Tag, Hase. Guten Tag, Biene. Oh, hallo Maulwurf. Guten Tag, Maus. Hallo Vogel. Oh Schlange. Jetzt hast du aber wirklich viele Tiere besucht. Armer Bär, du findest, die Schlange hat dich viel zu kurz besucht? Aber guck mal, sie ist doch noch da. Die Schlange ist so lang, dass sie über die ganze Schmusedecke reicht. Oh, Schlange, du kannst ja wirklich alle auf einmal besuchen. Ui, und jetzt hat die Schlange noch eine Überraschung für euch. Alle mal aufsteigen. Endstation, jetzt ist Zeit nach Hause zu gehen. Oh, Schlange, bald besuchst du uns nochmal, ja? Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein. Ja! Ja! Ich bin sehr weit. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020